Der Frauenmantel, wunderschön anzusehen, wie er jetzt anfängt zu blühen in der Morgensonne. Ja, es ist wieder sehr früh heute Morgen und ich habe mal eben geschaut, was wir heute so machen. Einmal ganz kurz die Rose, die bodendeckende Rose gezeigt, das müsste Schneewittchen sein oder so. Genau, weiß ich es nicht. Die habe ich damals durch den Steckling vermehrt. Mehrere, das ist jetzt eine, die davon noch da ist. Schneiden werden wir heute das Herz hier. Jetzt stehe ich gerade im Licht, hier sehe ich. Das werden wir heute gemeinsam mal schneiden, damit ihr sehen könnt, wie das geht und was machbar ist. Genauso wie diese Säulen-Phusizie hier. Die meisten werden sie ja kennen. Also die müssen wir auf jeden Fall schneiden, damit sie schön schlank bleibt. Und dann werden wir noch so ein paar andere Sachen machen, wie dieses Hochbeet heute wieder befüllen und dergleichen. Es ist doch einiges zu tun. Ach so, guck mal hier. Einmal ganz kurz gezeigt, unsere erste Erbse blüht. Ja, Zuckererbse. Das ist die, die wir damals im Haus ausgesät hatten, um mal zu gucken, ob sie keimfähig sind. Und die hat es tatsächlich hier in einem kleinen Topf geschafft, dann jetzt auch zu blühen. Im Gegensatz zu unserem, ja, Hochbeet weiß Bescheid. Okay, das werden wir dann auf jeden Fall heute auch mal neu starten. Und damit hallo und herzlich willkommen in unserem Garten. Heute werden wir mal so ein paar Kleinigkeiten machen. Das eine oder andere schneiden, das eine oder andere wieder vorbereiten, um es ja wieder neu zu bepflanzen zu können. Und so weiter und so fort. Ja, man sieht, es gibt ständig etwas zu tun, auch in einem Kleingarten. Insbesondere natürlich, wenn man einen Topfgarten hat. Und dieses Herz habe ich mir damals selber gestaltet. Ja, und das muss regelmäßig zurückgeschnitten werden. Es handelt sich hier um eine Lonizera. Und ja, welche Sorte das jetzt ganz genau ist, weiß ich nicht. Es wird Lonizera nitida sein vielleicht oder dergleichen. Auf jeden Fall eine immergrüne Heckenkirsche. Und aus solchen Pflanzen kann man sich auch tatsächlich nicht nur Bonsai heranziehen und Bodendecker, sondern dementsprechend auch Formgehölze, wie man sieht. Und es macht so viel Freude, solch eine Pflanze über viele Jahre zu begleiten. Und sie muss tatsächlich regelmäßig geschnitten werden, wenn man das Ganze dicht und kompakt behalten will. Ansonsten wächst sie nämlich irgendwann hier oben ganz kräftig heraus. Und hier unten verkahlt das Ganze. Und von daher immer wieder mal reduzieren. Wir sehen, das Ganze ist jetzt etwa so 3-4 cm im unteren Bereich herausgewachsen. Im oberen Bereich so 5-10 cm. Und dementsprechend werden wir das Ganze jetzt mal zurückschneiden. Ja, es ist ein wunderschöner Tag heute wieder. Es wird wahrscheinlich wieder warm. Allerdings ist es noch bewölkt im Moment. Und ich habe jetzt das Glück, die Form selber ist hier schon vorgegeben. Das heißt also, ich brauche sie eigentlich immer nur wieder nachzuschneiden. Das erkennt man an den Trieben, die man halt vorher geschnitten hat. Von daher ist das hier also nicht so aufwendig. Man kann also ganz bequem das Ganze wieder zurückschneiden auf den Punkt, wie man es vorher geschnitten hat. Und der Vorteil ist bei der Lonizera, sie treibt also auch aus dem alten Holz wieder aus. Das heißt, wenn man das wirklich kompakt hält, das Ganze, dann wird das dementsprechend mit der Zeit auch immer dichter. Also es ist wirklich eine wunderschöne Pflanze. Nicht nur zum Ansehen, sondern kann unheimlich viel in der Gestaltung mit dieser Pflanze machen. Und das macht so viel Spaß, wenn man Zeit und Muße hat, das Ganze dann hier dementsprechend wieder zu reduzieren. Und dann sieht das Ganze wieder schicker aus. Diese Pflanze hier steht vor einer Wand. Und das heißt, ich drehe sie jeden Tag einmal, damit von allen Seiten Licht dran kommt. Denn wenn sie nur von einer Seite Licht bekommt von hier, dann wächst sie natürlich dementsprechend diese Richtung. Und der hintere Bereich würde irgendwann verkahlen. Von daher drehe ich die Pflanze tatsächlich jeden Tag einmal hin und einmal her. Immer wenn ich sie gieße und dann ist das also gar nicht so schwierig, wenn man sowieso gerade Hand anlegt beim Gießen. Dann kann man die Pflanze auch einmal just kurz drehen. Das ist ganz wichtig. Auch bei anderen Pflanzen, die man im Topf stehen hat, wenn sie an der Wand stehen, immer wieder mal drehen. Damit also tatsächlich die Pflanze rundherum schön kompakt und dicht wachsen kann. Ja, das kurz so dazu mal erklärt. Ich denke, den Rest schneide ich dann eben zu Ende hier. Sonst wird das für euch zu lange. Und ich habe vor allem noch ein paar andere Sachen vor. Von daher, ja, also ich denke mal, man kann sehen, um was es jetzt hier eigentlich geht. Dann werde ich jetzt erstmal Kokoserde vorbereiten. Denn wir wollen ja dieses Beet hier wieder neu machen, neu starten. Und da ich nicht weiß, was in der Erde drin ist, werde ich diese Erde natürlich nicht wegschmeißen, sondern wieder nutzen. Allerdings jetzt nicht hier zu einer Direktaussaat, zu einer Direktbepflanzung. Sondern das Ganze muss sich, ja, ich würde sagen, akklimatisieren. Ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall werden wir die Erde nicht sofort wieder verwenden, sondern sie muss erstmal neutralisiert werden in dem Sinne. Und von daher wird sie also nicht in Kontakt kommen mit Pflanzen, die wir dann dementsprechend in diesem Jahr ernten oder essen wollen. Von daher, ja, bei der Schere, bei der Rosenschere hier ist es so, bei der Felco 2, sie schneidet hier wunderbar. Ja, es kann aber sein, wenn man jetzt längere Zeit schneidet, dass hier sich Säfte ansammeln und das Ganze antrocknet. Dann klemmt das ein bisschen, ist aber nicht so tragisch. Dann nimmst du einfach einen Pott Wasser, stellst du da hin und tauchst die Schere einfach zwischendurch mal ins Wasser rein. Und dann geht der Saft wieder ab und dann ist sie leichtgängig. Allerdings anschließend nach der Arbeit, wenn man fertig ist, das Ganze natürlich einölen, trocknen lassen vorher und dann einölen, damit die Schere also, ja, nicht wahr, immer schön gängig bleibt. Das ist also ganz, ganz wichtig. So, ich mach das mal eben just zu Ende hier. Und dann werde ich die Erde vorbereiten, damit wir endlich hier im Hochbeet auch wieder etwas grün sehen können. Dann wollen wir jetzt mal das Hochbeet hier, L-Hochbeet leeren. Allerdings hat sich hier etwas sehr Interessantes gezeigt. Und bevor ich den Kasten jetzt ausleere, zeige ich euch das mal eben. Moment, dann mal ganz schnell gezeigt hier, dass, was, das ist hier ein, ähm, ja, ähm, ich zeige das mal eben. Hier, hier. Ich hatte ja damals ein paar Samen von dem Riesenbambus mit reingepackt, draufgelegt. Und eine hat es tatsächlich geschafft hier. Uh, der ist jetzt ein bisschen gelblich bedingt, halt durch die ganzen Ursachen. Ich werde ihn jetzt mal vorsichtig hier ausgraben. Irgendjemand hat mir das damals auch meine Kommentare geschrieben, ob ich mir hier einen Bambusurwald heranziehen möchte. So, Wurzel ist noch nicht viel, aber immerhin eine weiße, eine weiße Wurzel. Und hier kann man auch noch den Samenkorn erkennen. Ja, ähm, ich würde sagen, dann schmeißen wir den einfach mal hier ins Wasser. Und mal gucken, wo wir den nachher einpflanzen. Dann wollen wir mal die Erde jetzt ausleeren. Natürlich nicht wegschmeißen. Hier habe ich so einen großen Kübel. Ja, sowas habe ich halt damals noch von meiner Selbstständigkeit als Gärtner. So, dann kippt man das ganze Beet hier einfach rein. Das geht also easy, ganz einfach. Von daher würde ich sagen, können wir das Ganze neu befüllen. Und dementsprechend auch endlich wieder begrünen. Und die Erde lasse ich jetzt erstmal hier drin. Und, ähm, ja, ich muss gucken, was ich damit mache. Ich vermute mal, dass sie wahrscheinlich in eines der Hochbeete dort hinten wandert, in den unteren Bereich mit hinein. Das werde ich dann mischen mit anderen Sachen, damit wir das spüren. Die Erde habe ich jetzt hier soweit schon mal angesetzt. Ich mache das momentan in diesen Eimern, weil der Vorteil ist, die lassen sich leicht tragen. Ähm, das ging jetzt recht schnell. Innerhalb von einer Viertelstunde sind sie alle vollgesogen mit dem Wasser. Ja, und dementsprechend können wir das Ganze jetzt auflockern und dann in das Hochbeet befrachten. Die Forsyts hier, die werden wir gleich schneiden. Kurz hier nochmal zum Hochbeet. Ähm, ich fülle jetzt die Erde rein. Lockere die natürlich, ganz klarer Fall. Und ich habe jetzt hier in die Füße, die sind ja hohl, so Schwämme reingepackt. Man kann auch was anderes nehmen, äh, damit halt hier der Fuß nicht zwingend verstopft. Und von daher das Wasser besser ablaufen kann. Wobei wir ja vorhin gesehen haben, also im Wasser. Äh, die Erde war soweit eigentlich okay. Also die war nicht irgendwie übernässt oder dergleichen. Und von daher klappt das auch so, wie es aussieht. Aber, nun ja, Vorsichtshalber werde ich das jetzt so handhaben, dass ich dort also Schaumstoff oder so reinpacke, damit das Wasser also besser durch die Füße ablaufen kann. Dann haben wir es damit auch schon mal, ja, ein wenig verbessert in dem Sinne. Das Beet habe ich jetzt so weit vorbereitet. Wir haben jetzt ja knapp 60 Liter hier drin. Ich muss mal eben noch diesen Halter hier zwischensetzen, damit das Beet sich nicht verformt. Obwohl, äh, ja, also das kann sich eigentlich gar nicht verformen. Aber ich denke mal, das hat man zur Sicherheit gemacht hier. So, damit das hier nicht nach außen wegdriften kann. Aber das Ding ist so stabil, also ich glaube nicht, dass das irgendeiner Form passieren kann. Aber wer weiß, wenn man 40 Grad hat oder so, ne, weiß man nicht. So, wir werden jetzt keine Erbsen hier reinsetzen, denn das Beet vorne habe ich dafür geplant. Hier kommt jetzt die Schweizer Minze hinein, damit wir hier uns ein Minzbeet heranziehen in dem Sinne, wo wir dann später die Kräuter ernten können zum Trocknen für unsere Tees. Also von daher werden wir die, also, ja, diese Sachen separieren in solchen Hochbeeten, da sie uns dann auch nicht ausufern, denn sie bilden unheimlich viele Ausläufer. Und wenn man sie direkt in den Garten pflanzt, muss man schon aufpassen, dass sie nicht überall hinwachsen können. Denn ansonsten hat man alles voll Minze, wenn man es nicht haben möchte, ist das natürlich nicht so schön, nicht wahr? Von daher, so, dann pflanzen wir das Ganze möglichst mittig, natürlich jetzt nicht direkt auf den Stab hier. Und, ja, das alleine ist jetzt natürlich ein bisschen wenig. Moment mal, nee, das machen wir anders, gar nicht wahr. Das machen wir anders, denn dann können wir hier noch was anderes platzieren in diesem Jahr, weil dieses Pflänzchen alleine ist erstmal viel zu wenig. Wir positionieren sie hier in dem Drittel. So, dann haben wir nämlich tatsächlich noch etwas übrig am Platz. So, das Ganze pflanzen wir mal etwas tiefer, als es vorher war. Wir werden auch gleich noch ein bisschen Erde hier auffüllen. Und dann können wir hier nämlich in dem Bereich noch etwas anderes hineinpflanzen. Wir haben ja noch den Romana- und den Eisbergsalat. Der Romana-Salat ist jetzt am kräftigsten gewachsen. Und von daher werden wir uns den mal hier herausholen und dann hier mit... Aua, jetzt habe ich den unten durchgestochen. Und werden den dann hier hineinpflanzen, um dann dementsprechend hier ein Salatpflänzchen uns heranzukommen. Mal eben gucken, wie weit. Der kann eigentlich ziemlich nah an, relativ nah an den Rand. Denn, ja, er bekommt ja großen Kopf nicht wahr? Der kann ruhig hier herauswachsen. Von daher setzen wir den mal hier an den Rand, so etwa 10 Zentimeter entfernt etwa. Und nicht tiefer pflanzen, als er vorher stand. Also, das mag Salat überhaupt nicht. Es ist lieber besser, wenn er etwas höher steht, als dass er tiefer kommt. Denn die Blättchen dürfen nicht in die Erde, das Herz im Prinzip. Von daher müssen wir darauf achten, dass er also nicht tiefer kommt. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt haben wir noch mehr Platz hier. Ja, das heißt, wir können nochmal... Ja, weiß Bescheid... Radieschen. Dann nutzen wir jetzt die Fläche und werden hier noch Radieschen mit Zwischenseen. Allerdings muss man aufpassen, dass wir nicht zu nah hier an die Pflanze kommen. Von daher lassen wir da auch so ein bisschen Abstand. Denn die Pflanze wird jetzt recht schnell wachsen. Der Romana-Salat. Also werden wir hier einen gegenüber noch setzen. Hier ziemlich nah am Rand. Leicht bedecken das Ganze. Und das Ganze machen wir auch hier noch rundherum. Dass wir dann die Fläche so ein bisschen mit ausgenutzt haben. Und wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ein paar mehr Radieschen hier auch noch ernten können. Wie gesagt, nicht zu nah an die Pflanze dran hier. Denn die wird also wirklich jetzt rasant wachsen. Und den Rest hier um die Minze herum, den werden wir auch noch auffüllen. Ja, macht das Spaß, weil man wieder etwas aussäen kann. Das macht so richtig Freude. Das ist... Man weiß, dass man in Kürze dann hier etwas ernten kann. Aber auch hier drauf achten, dass wir nicht zu nah an die Pflanze kommen. Und dann werden wir hier rundherum auch noch ein paar Radieschen-Samen einsäen. Ja, also können wir die Fläche dann also auch komplett ausnutzen. Auch hier am Rand werden wir mal eine noch positionieren. Ich denke mal, die Minze wird jetzt nicht ganz so schnell wachsen. Auch hier im hinteren Bereich werden wir noch welche hineinsetzen. Und dann können wir lecker Radieschen noch zwischendurch... Ops, jetzt habe ich hier zwei Samen reingepackt. Kommt es rüber raus. Also die Samen kann man sehr schön vereinzeln. Von daher macht das wirklich Sinn. Also wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass sie dann tatsächlich am besten wachsen. Nicht zu viele zu dicht pflanzen. Oh, das duftet. Oh, die Schweizer Minze. Oh, da freue ich mich schon auf den Tee später mal. Aber erstmal müssen wir die Pflanze hier zum Wachsen bringen. Von daher werden wir sie jetzt nicht schneiden, sondern nach Möglichkeit erstmal dieses Jahr wachsen lassen, damit sie sich hier ausbreiten kann. Natürlich müssen wir auch hier das Beet noch angießen. Ganz klarer Fall. Dafür nehmen wir eine feine Brause. Nach Möglichkeit nicht über den Salat gießen jetzt, sondern rundherum. Wobei es ist noch früh morgens. Es ist noch nicht ganz so tragisch. Obwohl, die Sonne ist schon recht heiß. Also soll man nicht meinen. Es ist also, ja, die Sonne, die hat ganz schön mega Kraft. So, dann haben wir das Beet soweit vorbereitet. Jetzt stellt sich natürlich, ihr stellt sich vielleicht jetzt die Frage, Hallo Detlef, warum hast du denn jetzt nur Kokoserde genommen und das Ganze nicht gemischt mit Lehmboden und Sand? Weil es geht doch. Ja, es geht. Das Problem ist nur, diese Hochbeete möchte ich gerne verstellen, also transportieren. Alleine ich, wenn ich jedes Mal jemanden um Hilfe bitten muss, kannst du mir mal eben helfen, das Hochbeet zu verstellen, ist das ein bisschen blöd. Von daher, vom Gewicht her ist das so für mich optimal. Ich kann das ganze Hochbeet hochheben, wie wir vorhin ja auch gesehen haben. Das ist überhaupt kein Problem. Ich kann das mal hier hinstellen, mal da hinstellen. Es spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn ich mal richtig Bock habe und Besuch bekomme oder dergleichen zum Beispiel, dann könnte ich solch ein Hochbeet direkt vor die Tür stellen, wenn es richtig schön bewachsen ist und dann das Ganze präsentieren. Und von daher lasse ich hier in diesem Hochbeeten also nur Kokoserde, aus dem ganz einfachen Grund, weil es einfach einfacher ist. Ja, Bokashi, das ist klarer Fall, könnten wir hier auch drunter machen, habe ich aber noch nicht fertig. Und von daher, außerdem habe ich den Bokashi ja für was ganz anderes geplant. Der ist ja für vorne geplant, für die Zuckererbsen, die dann da reinkommen. Aber da muss ich noch ein paar Tage warten, bis der reif ist. Und von daher handhaben wir das jetzt hier so, wie wir es gemacht haben. Wir düngen die Kokoserde auf mit dem Dünger, den wir lieben, den wir mögen, nach Angaben des Herstellers. Und die Wassermenge, wie schon so oft erwähnt, nicht zu viel Wasser in den trockenen Humusziegel geben, weil es wird sonst zu matschig. Also wir haben die Angaben von 3 bis 4 Liter vom Hersteller, wir nehmen 2,5 bis 2,7 Liter Wasser und von daher ist das optimal. Denn ansonsten ist das richtig matschig, nass und das ist nicht so gut zur Verarbeitung. Und von daher, ich mache lieber etwas weniger Wasser, gegebenenfalls später nochmal etwas nachgebend sein muss. Ansonsten liegt man dort etwas auf der sicheren Seite und kann viel besser mit dem Substrat arbeiten, Pflanzen säen und dergleichen. So, ich mache mal eine kleine Pause, noch Käffchen trinken und dann kommen wir gleich an die Forsythie hier, denn die muss jetzt wirklich geschnitten werden. Die Forsythie, wenn wir sie so schlank halten wollen, müssen wir jetzt tatsächlich das erste Mal schneiden. Voraussichtlich noch zweimal im Jahr, aber das werden wir im Laufe der Zeit sehen, das werde ich euch dann auch zeigen. Hier hat sich noch eine kleine hübsche gelbe Blüte entwickelt um die Jahreszeit, auch nicht gerade arttypisch. So, wir müssen sie schlank machen. Dazu können wir natürlich die Rosenschere nehmen und das Ganze einzeln schneiden, so dass man, wie es einem gefällt halt, aber das ist dann doch von einer, ja, etwas mühselig, nicht wahr? Man bekommt es nicht ganz gerade hin, von daher nehme ich jetzt die Schere, die ich in meiner langjährigen, ja, Gärtnerzeit eigentlich am liebsten benutzt habe. Ist eine Okazune, eine sehr teure, eine wirklich sehr teure. Aber sie ist so, ja, von der Verarbeitung her, dass man also ein Leben lang davon etwas hat. I don't know. Jetzt muss ich erstmal warten, bis das Geknatter da hinten vorbei ist. Keine Ahnung, was das ist, aber hier kurz gezeigt, auch hier ist noch tatsächlich eine gelbe Blüte, die sich entwickelt. Also doch recht interessant um die Jahreszeit, dass sie dann nochmal etwas blühen möchte. Ja, ich würde sagen, dann warte ich jetzt einen Moment und dann schneiden wir gleich die Säule hier wieder zurecht. Das mit dem Geknatter scheint länger zu dauern. Ich möchte hier nicht dumm rumstehen die ganze Zeit. Also werden wir jetzt hier, wo wir den Romana-Salat herausgenommen haben, nochmal etwas neue Erden hineinsetzen, hineinbringen und dann Romana-Salat nochmal zur Aussaat bringen. Denn Romana-Salat kann man also, ja, sehr lange aussehen und also das ganze Jahr, ja, das ganze Jahr nicht, aber nicht wahr, in der Vegetationszeit bis zum Herbst ernten. Und von daher werden wir fortlaufend immer wieder mal neuen Romana-Salat aussehen. Keine großen Mengen, immer wieder mal ein paar kleine Pflänzchen. So, die Samen habe ich mir hier schon mal hingelegt. Tadam. Ich habe natürlich nasse Finger. Wir können sie einzeln aussehen, weil sie tatsächlich sehr keimwillig sind. So, ganz vorsichtig hineindrücken, etwas Erde draufschieben. Muss ich mal gucken, wo ich die anderen Samen habe. So, hier noch einen drauf, leicht bedecken, das ist vollkommen ausreichend. Hier hinten ist jetzt nichts aufgegangen, hier war damals Eisberg-Salat und dort werden wir jetzt auch nochmal einen Romana-Salat hineinlegen. Und dann haben wir das Kästchen hier dementsprechend auch neu ausgesät und können dann fortlaufend neue Pflanzen uns heranziehen und dementsprechend später wieder an einem anderen Ort auspflanzen oder auch in einen großen Topf. Das geht natürlich auch. Das dauert mir jetzt zu lange mit dem Beknatter. Wir werden jetzt den unteren Bereich schneiden, das ist mit der wichtigste, weil der wächst hier am kräftigsten heraus. Dazu schneiden wir einfach von oben nach unten die Form heraus. So schlank, wie wir es haben möchten. Umso schlanker, umso besser. Für mich jetzt natürlich, ganz klarer Fall, weil ich es halt schlank mag. Oh, es ist Ruhe. Wer hätte das denn gedacht? Na, sowas. So. Ja, warum ist der untere Bereich am wichtigsten? Weil die Pflanze hier am stärksten herauswächst. Und von daher, ja, macht es also Sinn, dementsprechend natürlich das Ganze auch stark zurückzuschneiden, weil es auch wieder stark herauswachsen wird. Und von daher, ja, es ist schon Wahnsinn, wie die Pflanze von unten also tatsächlich extremst wieder herauswächst. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen jetzt. So, ich werde jetzt mal nicht drehen. Ich schneide das mal eben hier just zu Ende. Also, man sieht schon, mit solch einer Schere ist es natürlich viel einfacher, als wenn man mit der Rosenschere dann rumschnippelt. Aber auch das geht. So, jetzt haben wir hier so ein paar Triebe, die noch herauswachsen, wo Spitzen dran sind. Und hier sind so ganz lange Dinger. Die müssen wir auf jeden Fall nochmal zurückschneiden. Und dazu nehmen wir dann jetzt tatsächlich die Rosenschere, damit diese Triebe hier unten nicht zu dominant wachsen. Die Dicken ist also ganz wichtig, denn ansonsten wird die Pflanze immer kräftiger hier unten wachsen. Und von daher schneiden wir das einfach heraus, was halt kräftig hier an dicken, einjährigen Trieben ist. Das ist also, ja, nicht wichtig in dem Sinne, aber doch schon. Ich weiß Bescheid. Okay, den Rest werde ich dann nach oben jetzt schneiden und dann haben wir ihn gleich wieder schön schlank. Hier ist was los heute Morgen wieder. Jetzt war gerade wieder der Hubschrauber da. Nun ja, was Neues, nicht wahr? Dann kommen wir jetzt zum weiteren Schnitt. Auch hier schneiden wir das Ganze nach. Alles, was uns zu viel erscheint dazu, gucken wir uns einfach die Achse an hier, wie das ausschaut. Und dementsprechend können wir alles zurückschneiden, was zu viel gewachsen ist. Gegebenenfalls auch mal ins alte Holz zurückschneiden ist nicht so schlimm. Und die Spitze oben sollte natürlich ganz schlank sein, logischerweise, nicht wahr? So, jetzt muss ich mich aber mal just auf die andere Seite bewegen, denn ansonsten kann ich hier nicht weiterschneiden. Ich hoffe, ich stehe jetzt hier nicht im Bilde, aber ich glaube, ihr könnt mich jetzt sowieso nicht hören. Von daher, ja, also ruhig auf das alte Holz, wenn es sein muss, zurückschneiden. Denn die Forsyth hier, die treibt also auch dann aus dem alten Holz wieder aus. Da hat er also kein Problem mit. Das macht er überhaupt nicht. So, im oberen Bereich warten wir jetzt erstmal. Das schneiden wir gleich dann dementsprechend mit der Rosenschere nach. Man kann immer wieder mal gucken, die Achse hier ansehen. Wie das Ganze aussieht. Und dann kann man sich so peu a peu an die ganze Geschichte heranwagen. Es ist also gar nicht so schwierig. Man muss sich einfach nur trauen und mit der Zeit kriegt man das schon hin. Ja, das war es auf der Seite schon. Geht doch schneller als ich dachte. So, auch hier schauen wir uns einmal die Achse an. Dass man so einen Vergleich hat, dass wir einigermaßen eine gerade Linie hinbekommen. Auch wenn es mal nicht ganz gelingt, ist nicht so schlimm. Das kriegen wir dann beim nächsten Mal hin. Denn sie wächst ja wieder heraus. Von daher ist das dann nicht so tragisch. Ja, wir sind hier eigentlich schon fast fertig, sehe ich gerade. Das war es schon. Und das macht also nichts, wenn die Blätter mit der Schere hier durchtrennt werden. Die werden nicht braun oder so. Bei der Position ist das also nicht so tragisch. Ja, ich würde sagen, fertig, ready. Okay, was wir jetzt noch machen können, ist im oberen Bereich, hier haben wir jetzt zwei Triebspitzen, die übrig geblieben sind. Dort suchen wir uns jetzt eine heraus, die dominant wachsen soll, damit wir hier das Ganze nicht zweiträglich wachsen lassen. Dazu müssen wir uns den Kronenbereich angucken, welche am kräftigsten gewachsen ist und von der Position her am besten passt. Dann schneiden wir einfach eine heraus und die andere können wir oben weiter wachsen lassen. Wenn wir es möchten, wir können sie aber auch einkürzen, wenn es nicht höher werden soll. Ja, so ist es dann, ne? Aber flex. Drumherum. Eins möchte ich heute noch mit euch gemeinsam machen und zwar das Maggi-Kraut umtopfen. Hier werden wir jetzt Lehmboden verwenden, den habe ich hier schon drin. Und hier ist auch Sand schon mit drin und etwas Kokoserde. Aber damit ich das Ganze ausreichend bekomme, denn das Ganze kommt jetzt gleich in diesen Topf hier hinein, werde ich das Ganze nochmal mit Kokoserde mischen, damit ich das Volumen ein wenig erhöhe und ich hoffentlich ausreichend Erde gleich habe. So, das Ganze werde ich jetzt nochmal mischen. Das zeige ich euch jetzt aber nicht. Und dann befülle ich gleich den Topf, den ich euch gerade gezeigt habe. Und dann pflanzen wir das Maggi-Kraut um, damit es mehr Platz zum Wachsen bekommt. Denn das Maggi-Kraut wird doch recht groß und der Topf, in dem es jetzt ist, ist natürlich viel zu klein. Und von daher werden wir das Maggi-Kraut jetzt mal gemeinsam umtopfen. Die Erde habe ich jetzt gemischt und hier schon mal eingefüllt auf passender Höhe, damit wir gleich unser Kräutlein hier hineinpflanzen können. Und dann müssen wir jetzt erstmal die Pflanze hier rausholen. Ganz vorsichtig drücken den Rand. Die müsse eigentlich relativ einfach rausgehen, hoffe ich zumindest. So, dann packen wir den unten am Schopf vorsichtig. Nicht quetschen oder drücken. Plupp, ja, siehst du wohl. Ja, also Wurzelwachstum wunderschön zu erkennen. Und von daher ist es jetzt auch Zeit, dass er tatsächlich einen größeren Topf bekommt. Am Wurzelballen braucht man nichts machen, den können wir so hineinstellen, wie er jetzt ist. Und dann werden wir jetzt die Erde einfach auffüllen rundherum. Und dann kann das Maggi-Kraut wieder richtig kräftig wachsen, auch dunkelgrün werden. Es ist mittlerweile recht blass geworden, trotz Düngergaben. Das heißt im Klartext also, Maggi-Kraut ist auch ein Starkzehrer. Und von daher bekommt ihr dann dementsprechend auch mehr Nährstoffe. Jetzt allerdings nicht, denn die Erde ist aufgedüngt. Und von daher werde ich so zwei Wochen warten ungefähr. Und dann werden wir auch diese Pflanze wieder regelmäßig düngen. Besser wäre es natürlich, wenn wir im Sinne von biologisch düngen jetzt einen Bokashi hätten, den wir auch hier mit runter packen könnten, denn das geht auch. Und dann wäre die Pflanze auch für längere Zeit versorgt. Nun ja, nicht wahr? Im nächsten Jahr sieht alles ganz anders aus. Dann haben wir schon mehr Möglichkeiten. Und von daher ist das so jetzt erstmal okay für dieses Jahr. So, angießen, ganz klarer Fall. Ich mache jetzt nur ein bisschen hier. Ich gieße das gleich so durchdringend, bis es unten rausläuft. Aber ich möchte mir hier nicht den ganzen Tisch voll plöttern. Von daher nur mal demonstrativ gezeigt. Angießen, immer wichtig, genauso wie bei den Salatsamen vorhin auch. Angießen, ganz klarer Fall. Ja, das Maggi-Kraut kann dann jetzt anfangen zu blühen. Das Hochbeet werden wir als nächstes neu bepflanzen. Auch hier ist damals etwas schief gelaufen, nicht wahr? Weiß Bescheid. Okay, by the way. Das haben wir jetzt fertig und das darf jetzt fröhlich weiter wachsen. Das Hochbeet natürlich nicht, sondern die Pflanzen da drin. Und damit kommen wir dann jetzt auch zum Abschluss. Ja, sie ist wieder wunderschön geschnitten und das machen wir jetzt auch wirklich regelmäßig. Wir haben es ja jetzt gesehen. In so ein Stück herausgewachsen wird sie tatsächlich immer schön getrimmt, damit wir dementsprechend ein schönes, ja, ansehnliches Herz erhalten. Jetzt haben wir noch die andere Pfefferminze. Bei der ist so gewesen, die ist jetzt ein bisschen bräunlich. Die stand tatsächlich einmal trocken. Ist passiert. Kann passieren, nicht wahr? Aber die hat es mir echt übel genommen sofort. Nun ja, sie lebt noch, ist noch grün soweit in dem Sinne. Klartext, die werden wir jetzt ins andere Hochbeet, das wir gerade gesehen haben, in der Hochbeet reinpflanzen. Die werde ich dann allerdings mal zurückschneiden, damit sie neu austreibt, damit sie wieder ansehnlich ist. Und wir gegebenenfalls vielleicht auch noch mal ein paar Blättchen ernten können für Tees. Und dann, ja, lassen wir sie auf jeden Fall in diesen Hochbeeten drin. Lassen sie sich dort etablieren. Jetzt am Anfang dieser Pflanze war ein paar andere Sachen mit dabei, damit der Platz nicht ganz ausgegeben ist. In dem Sinne, umsonst da Brachlichten von der Pflanze und ein paar andere Kleinigkeiten mit rein, damit wir die Fläche komplett ausnutzen. In einem Kleingarten nutzt man ja jede Fläche aus, die man irgendwo hat. Ja, ich würde sagen, reicht für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Delle Brömisch. Und viel Spaß über Pflanzen und Garten natürlich, ganz klarer Fall. Und es macht so viel Spaß hier im Garten. Die Erdbeerrügen, die werden jetzt reif. Und ich zeige ein paar andere Sachen das nächste Mal im nächsten Gartenfilm. Nicht alles auf einmal heute. Ich denke mal, es ist ziemlich lang geworden. Aber ich denke mal, so zu zeigen, wie man so zwischendurch mal so ein paar Sachen schneidet im Garten, dass das, denke ich mal, auch ganz wichtig ist. Und dass man auch in dieser Jahreszeit tatsächlich Pflänzchen sich heranziehen kann, um sie dann dementsprechend einzupflanzen und zu beernten im Laufe des Jahres. Also die Erdbeere ist so hübsch hier. So, meine Lieben. Ich würde sagen, wenn es gefallen hat, weiß Bescheid. Winke, winke. Bis zum nächsten Mal. So, und dann werde ich erstmal den Film On stellen, den ich gestern fabriziert habe. Gestern späten Nachmittag. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, bald ganz schnell. In dem Sinne, wieder. Ja. Ah, Minze ist so ein herrlicher Duft. Man kann sie natürlich abschneiden, bündeln, kopfüber aufhängen und dann im Raum trocknen. Das geht auch. Und dann duftet das natürlich auch herrlich. Ja. Minze ist schon eine tolle Sache. Auch wenn du jetzt nicht mehr so schick aussiehst. Aber wir kriegen die schon wieder zu Gange. So. Langrede, kurzer Sinn. Ich denke, bis bald. So, was wollte ich denn nachher noch machen? Erstmal aufräumen. Ich denke, bis bald.